Ut-Kathasana wird meist übersetzt als der Yoga-Stuhl, ist eine Übung zur Stärkung der Oberschenkel und Hüftgelenke. Raffaela wird mehrere Variationen zeigen. Der ersten Variation vom Stehen ausgehen, beuge die Knie mindestens etwas und schaue nach oben. In der Grundstellung sind die Oberschenkel zu den Knien 90 Grad und du hast die Arme nach vorne ausgestreckt. Es gibt noch jede Menge weitere Variationen. Raffaela zeigt einige und wird zwischendurch auch stehen, während ich ein paar Worte sagen will, zu Ut-Kathasana. Ut-Kathasana heißt wörtlich die Mächtige, die Große, auch die Furchterregende. Ut-Kathasana ist auch ein Beiname von Durga und von Kali. Ut-Kathasana, also auch eine Durga-Stellung. Ut-Kathasana bezieht sich meistens eben auf den Stuhl, weil es so aussieht wie ein Stuhl. Diese Stellung stärkt Oberschenkelmuskeln, Quadriceps, Gesäßmuskeln, also Gluteus Maximus. Sie kultiviert auch etwas die Flexibilität in den Fußgelenken und entwickelt auch die Fähigkeit, einen geraden Rücken zu haben. Ut-Kathasana soll auch heißen, du kannst lächeln, auch wenn es anstrengend wird. Und du bist auch bereit, mal Dinge zu tun, die nicht so ganz einfach sind. Ut-Kathasana ist zwar nicht schwierig von der Flexibilität her, aber sie erfordert große Willenskraft, dass du diese Stellungen machst, auch wenn sie anstrengend werden in dem Oberschenkel und Gesäß. So entwickelt Ut-Kathasana auch Entschlusskraft, Willenskraft, Durchsetzungsvermögen und zwar ruhiges Durchsetzungsvermögen. Man sieht es von außen gar nicht an, wie anstrengend diese Stellung ist, aber wenn du es selbst ausprobierst. Und damit steht Ut-Kathasana auch dafür, dass du auch anstrengende Dinge tust, auch wenn sie von anderen nicht so gesehen werden und dabei innere Befriedigung und Kraft bekommst. Ja, danke an Raffaela, die wirklich jetzt sehr Anstrengendes gemacht hat. Wenn du probiert hast, es mitzumachen, wirst du es gemerkt haben. Danke auch an Eduard, unseren Kameramann. Mein Name ist Sukadev. Wir sind von www.yoga-vidya.de